Hallo Leute, also ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, die ist wirklich so passiert. Nennen wir sie einfach mal so. Geht's denn hier nach Frankfurt? Also erst ganz unspektakulär bin ich morgens mal aus dem Haus an die Zughaltestation. Ja, war letztes Jahr 2016 an die Haltestation standen da so zwei dunkelhäutigere Leute. Haben eigentlich gar kein Deutsch gekannt und ja, so gut wie gar nichts. Dann so leicht gebrochen Englisch geredet und fragen mich so, ob's hier nach Frankfurt Main Station geht. Frankfurt. Ich so, nee, nee, hier nix Frankfurt Main Station, hier Lörrach Hauptbahnhof. Also, ja, okay. Ich so, ähm, Dings, ich wollte erklären, ja, Basel, ähm, badischer Bahnhof. Dann umsteigen auf ICE und mit ICE von Basel nach Frankfurt. Also Frankfurt, ne, ja. Auf jeden Fall, ähm, die so, ja, ähm, haben's glaub nicht richtig verstanden, ja. Ja, kommt so der Zug, ähm, Richtung, äh, Lörrach Stein, ne. Beide steigen da ein. Ich so, no, no, äh, hier nicht Frankfurt, nicht Frankfurt. Türe geht zu. Beide waren weg. Ich denke mir immer, wenn sie nicht gestorben sind, dann fahren sie noch heute, ja. Ja, also, das ist wirklich passiert, ja. Ja, und ich glaub, sie sind nicht in Frankfurt gelandet, ja. Also, das war eine wirklich passierte Geschichte, ja. Also, guten Jahr, ja, also 2016, ja. Das war jetzt die Geschichte. Geht's hier, ja, etwa nach Frankfurt, ja. Also, und euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer Thomas.